Es steht Englisch, aber ich kann es dann auch auf Deutsch sagen, wenn ich es weiß. Fitness, Workout, Knie tun weh, Hampelmann machen oder so in der Art. Gilt das halbwegs? Du darfst auch aufstehen, du musst nicht sitzen bleiben. Stittstuhl laufen, Ice-Skating, Rollerblading, Speed-Skating, Abschreiben, Spicken. Kann ich nur übersetzen. Darts spielen. Was ist denn das, wenn es nicht Darts spielen muss? Papierflieger basteln. Zu spät. Was? 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 Was?